VPS präsentiert Ihnen einen der härtesten und außergewöhnlichsten Filme des Jahres. Mission Cobra. Die Geschichte eines gnadenlosen Einzelkämpfers, der sein Land aus der Knechtschaft befreit. Eine blutige Diktatur unter der Führung eines größenwahnsinnigen Tyrannen beherrscht ein Land mit dem heiligen Namen Santa Maria. In dieses Land kommt ein Mann, ein Kämpfer, der den Todesschwadronen trotzt und sich auf die Seite der Rebellen stellt. Hey, du schießt wie John Wayne! Er wird von den Rebellen geachtet, bewundert und geliebt. Sie haben versagt! Und vom Regime gehasst. Hatten Sie nicht damit geprahlt, dass Sie die Rebellen unter Kontrolle haben und dass Sie zu schwach und mutlos wären, bei der Hauptstadt anzugreifen? Ich werde Ihnen zeigen, wie man mit diesem Pakt umgeht. Mission Cobra. Harry! Robert Ginty ist die Cobra. Ein Kämpfer, der auszieht, den feigen Mord an seinem Freund zu rächen. Santa Maria ist kein Platz für Amateur. Er erklärt Ihnen den Krieg. Es ist mir egal, wie lange es dauert. Seinen ganz persönlichen Krieg. Oder was es mich kostet. Ich hole mir diesen Mann. Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich irgendwo vor ihm sicher sein kann? Mission Cobra. Er kämpft für sich und für Sie. Ich weiß, es lohnt sich für einen Menschen zu sterben, den man liebt. Aber nicht für einen Menschen, den man hasst. Mission Cobra. All Attacca! Im Kampf für die Gerechtigkeit. Er ist Jäger und Gejagter. Ein rastloser, einsamer Wolf, der sich durch die Hölle kämpfen muss, um seine wichtigste Mission zu erfüllen. Mission Cobra. Wir hohenàng, ich fühle dich und 말씀 zu berheerd. Steuer zum Leben. Ja, wir ungehig in zweiter. Ich voyez. Feuer. Behind力 aus. Wir antREco. Wir strahya. Sofraszaạch von Reichsa leve.